Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer Sexy Sex Flake, mit Part 22 vom Adventskalender Opening. Heute beim OCS Turnier in Leipzig gewesen. Nicht so gut gelaufen heute ist Karakuri Makina Giorgia, aber ab nächste Woche geht's ja dann auch richtig mit Bujin los. Mal gucken, wie das dann so wird. Jedoch habe ich sehr gute Karten ranbekommen heute wieder, auch was netzes gezogen aus dem Startbooster. Von daher gibt's dann als zweites Video heute noch ein Ausbeute-Video. Und wir schauen mal direkt in das 22 rein hier. Gucken, was uns erwartet. Und zwar Rosenfee, Windmonster, 3 Sterne, Pflanze, 600 ADK, 1,2 Defense. Falls diese Karte durch den Effekt einer Zauber-, Fallen- oder Monsterkarte von deinem Deck, deiner Hand hinzugefügt wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschrung bespüren. Nicht wirklich prall hier die Rosenfee, eher in die Kategorie Crab einzuordnen. Das war's mit dem Opening. Bleibt immer dran, euer Sexy Sex Flake. Ich bin ein, 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 ich